grüß ich wieder zurück bei bateman arkham knight das letzte mal bin ich ja da an dieser aufgabe kläglich gescheitert ich werde es aber gleich wieder probieren weil irgendwann muss ich es ja machen bleibt mir ja nicht erspart also warum nicht jetzt okay da war es eine grausliche mama drohne und da oben ist aber noch eine die schießt auch mit raketen rum ja die muss man so genau treffen es ist echt schicke die raketen da wieder die mama drohne so jetzt werden wir da mal ein paar raketen einsetzen so ja gott sei dank die mag ich über ja schaden nur aber jetzt ja komm 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 raus dass den kreuzfeuer so dichter mal mein freund okay ja war doch gerade also das ist wieder neu ja und da sind schon wieder die mama drohnen aktiv irgendwo die steht aber eh da herunten das heißt ah ja die muss ein paar treffen auch jawohl so den auch irgendeinen kann ich jetzt einmal so abschießen wieder eine weniger oh jetzt wird es verdammt eng zehn stück sind es noch jetzt wäre halt so ein voll aufgeladener boost wäre halt der wahnsinn da sind raketen so fünf stück noch so eines noch na bitte ja die kann man da nix jawohl also gehen tut es ist halt nur bis sie heftig die sprengladung der bombe liegt frei wow mit hilfe der winde kann ich eine kontrollierte explosion auslösen naja langsam na super mein gott na komm zieg mich drum genau sie haben die bombe zerstört sir allen bemühungen der miliz zum trotz na schon okay was haben wir als nächstes was machen wir als nächstes die wäre gar nicht weit weg machen wir gleich noch eine die miliz hat einen sprengsatz in drescher deponiert ich würde ihn entschärfen sie werden ihre bomben mit äußerster härte verteidigen mal schauen oh ich glaube das ist der extreme extrem nein das machen wir jetzt nicht gleich im Anschluss jetzt bin ich froh dass ich das geschafft habe ich muss ja mein glück nicht überstrapazieren nein 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 die mache ich schon noch aber muss ja nicht jetzt und gleich sein das heißt das nächstnäherste ist dann er da oder da warte mal ich muss den vermissten feuerwämmern in drescher ich werde ihn nicht sterben lassen vielleicht ist das jetzt ein anderer wer schießt auf mich wer wagt es so da drinnen ist das ah ist das da drinnen vielleicht wo weit ist denn das jetzt noch da rein schickt er mich ah ich liebe dieses spiel wenn es mich immer irgendwo hinstellt ja und wo ist jetzt der punkt da unten es ist das ich wäre noch wahnsinnig ja das sind genau die typen die ich schon einmal gehabt habe also die komme ich nicht hin das ist der käse ja super na komm her na komm so ich hasse das mit diesen diesen feuerwehrmann hasse ich jetzt schon weil das ist so scheiße der ist komplett eingekastelt rundherum von oben von unten ich bin da schon komplett rumgelaufen da ist nicht einmal irgendwo ansatzweise ein Loch ich möchte jetzt nicht noch einmal eine ganze Folge nur verscheißen aber irgendwann bleibt mir auch der nicht erspart ich muss ihn ja machen so bin ich jetzt zumindest auf gleicher Höhe mit denen nein die sind da man kommt ja nicht einmal in die Nähe das ist das was mich narisch macht ich meine es sind eh schon so viele ich meine muss man die dann noch so verstecken auch noch dass man da stundenlang sucht das das muss nicht sein oder ich meine es ist eh man muss dann die Rätsel auch ja wie komme ich da runter hallo gut gehen wir da runter ich hole mir jetzt das Bettmobil weil sonst dauert das wieder eine Stunde und so jetzt gehen wir das wirklich systematisch an da zeigt er mal jetzt an ah da geht's rein da war ich noch nicht oder er stellt mich wieder daher das bringt ja nix Alter was ist da nichts nichts das kannst du gurkern da den Platz da wäre ich unrund mit sowas so so ok jetzt sind wir ja unter nicht wa und zeigt er mal wieder rauf keine Ahnung was ich da mach na da löse ich sicherlich nur wieder ein Rätsel aus so jetzt fahre ich dorthin da ist es alter Schwede das muss es sein naja das ist es na komm 100 pro ist es das ja oh und da sind sie alle dann würde ich sagen einfach rein ins Gedümmel das ist eh da das wird jetzt voll das Gemetzel aha das sind so Schocktypen auch wow 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 das ist ganz schön Konzentrationssache da oh na komm 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 leg dich da mal nieder da den einen Typen hau ich jetzt schon zum 15. Mal nieder so warte dann wie gehen die da gar ah ja ich weiß schon ja genau so so du kommst jetzt da mal dran so ah komm her da ok na gottsedang habe ich den gefunden den depperten Feuerwehrmann der hat mich jetzt schon ziemlich narisch gemacht da ok das erste Mal in meinem Leben habe ich gebetet hätte wissen müssen dass du es sein würdest der mich rettet ich brauche antworten wir haben nicht viel Zeit was auch immer du wissen willst diese ungeklärten Brände der letzten Wochen wurde bei mehreren der gleiche Brandbeschleuniger gefunden klar auf Petroleum basierendes Nabheim mit Polyisobotylen angedickt Poly was Firefly er ist hier der Schuldige dieser Freak wie lange hat er sich nicht mehr in Gotham gezeigt 10 Jahre ich sag dir jemand muss das Asylum wieder eröffnen er ist zurück warten sie hier jemand wird sie abholen und aufs Revier bringen genau wow und wir haben das geschafft so wo komme ich denn da jetzt wieder raus geil haha jetzt bin ich nicht mehr raus irgendwo war eine Tür super ich liebe es ach da oben ist die Tür jawohl was die ist schon gerettet Vogel soll ich da jetzt das Handel halten oder was weiß es ja nicht okay so was wir als nächstes was ich als nächster mache ich schaue mal auf die Map und ich möchte mir jetzt einfach einmal irgend so ein Fragezeichen suchen Riddler Trophäe naja fahren wir da einmal hin jast langsam bewegen danke okay so führt mich da jetzt eh zu zur Wegmarke passt da ist irgendwann eine Riddler Trophäe ja da unten drinnen wie kommt man denn da wieder runter es ist doch zum narisch werden vielleicht muss man da einmal rein geht es da irgendwo runter naja da ging es runter glaube ich vielleicht 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 ah sieh ein was haben wir denn da für eines aha wieder mit einer Falle eingebaut offenbar da ist auf alle Fälle mal ein Schalter da okay na komm 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 du irgendwas ich komm da nicht hin ich komm da nicht hin okay wie mache ich das jetzt wie komm ich da wieder raus hm kann ich die mit Better Rank na Alter was das da nehmen gar oh der 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 wäre echt auch oh ja ich komm da nicht hin zu denen kann ich die irgendwie hacken die Freunde nein ja und was soll ich da jetzt machen ich komm nicht hin ich glaube ich hab so einen Batman gesehen sauber ja super Alter das ist wieder leihwand ich liebe es sowas liebe ich wunderbar geschafft ich hab's geschafft ich meine natürlich hab ich das klar wie erwartet naja das ärgert mich jetzt schon wieder nein sowas das ist doch so mühsam Leute 243 mal so eine Kacke oh ich meine die Hauptstory ist durchgezockt und wer die Nebenmissionen machen will soll sie doch machen aber trotzdem möchte man doch das Ende sehen das kann es doch nicht sein dass man da jetzt Monate hinein investieren muss dass man da einmal das Ende sieht was wahrscheinlich irgendein scheiß Abspann von naja vielleicht sag ich einmal 5 Minuten sein wird ja so ich schau mal das aber jetzt trotzdem noch einmal an wo war denn das jetzt ah ja jetzt stehe ich wieder da rum nein 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 tue ich mir nicht an wie gesagt die tue ich mir alle vorher vorher rauslesen diese Rätsel nein da gehen das Spademobil rein komm so funktioniert's Navi nicht offenbar nicht ja dann ja was ist denn da im Wasser wie sind das denn das so grün so da vorne habe ich da gesehen irgendwo machen wir noch ein Feuerwehrmann ah den Rittler das ist so nervig ja 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 komm 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 was machst du denn schon wieder so wo setzen wir denn den Punkt hin jetzt da drüben ja da kommt man jetzt wieder nicht drüber so okay dann dann würde ich sagen sind das die da unten okay hey ganz ruhig übertreib es nicht das will ich aus da heute bissel wir haben ein dicker freund du kennst mir nichts schau mal was wir da jetzt für ihn verskring ich weiß nicht wie ich dir danken soll Batman hast du die anderen schon gefunden ein paar aber da draußen sind noch mehr von euch in Gefahr ich glaube die haben Angst vor dir gut warten sie hier ein Polizist wird sie aufs Revier bringen mein Bruder ist da stationiert Sergeant McAllister hätte nie gedacht ihn nochmal wiederzusehen ist er okay er ist okay sie werden ihn bald sehen danke Batman das meine ich ernst keine neue Info kriegt ein paar sind es noch so mal da ganz hoch ist denn noch die Kettenkrallen deswegen sind wir doch überhaupt in den Laden rein yeah okay Turmverteidigung gesperrt keine Ahnung was das ist ja da hat man super Ausblick auf das wunderschöne Panorama aber wir wollen ja nicht das Panorama genießen da unten wäre dann gleich ein Turm aber den gibt es erst in der nächsten Folge oder was auch immer bis dahin Dankeschön fürs Zuschauen und Fiat Deich was es für die Kettenkrallen das ist das ist